ja hallo und herzlich willkommen meine freunde die streamer challenge geht in den tag 3 und wir sind auf factory unterwegs beziehungsweise müssen wir auf factory unterwegs sein was nicht ganz unbedingt so dem entspricht was ich mir gewünscht hätte und vor allen dingen müssen wir mit der pistol agieren denn wir müssen wieder punkte sammeln ihr konntet euch denken und wir kriegen für den pistol kill noch mal extra einen punkt den ich natürlich nicht weglassen möchte was aber alles doch auch für mich ziemlich schwierig macht weil ich ja ein super profi mit der pistol bin wäre das nicht schon schwer genug kriegen wir auch noch extra punkte wenn wir tagila töten oder ein scav in der melee weapon also unserem knife oder sonst irgendwas was ich komplett an dieser stelle gelassen habe weil ich wusste das geht bei mir bloß nach hinten los das mit der pistol leute ist allgemein schon schlimm genug gewesen aber ihr werdet es in den raids sehen ansonsten gab es natürlich auch wieder punkte wenn man fünf raids in a row durchgekommen ist ohne zu sterben für streamer items dass man sie lebend rausgebracht hat zum beispiel auch magnetic tape die noch mal extra punkte gegeben haben et cetera aber ich habe mich hier wieder mehr auf die scavs konzentriert und überhaupt zu überleben das von paar punkte mit scavs machen die raids waren ziemlich chaotisch so viel kann ich sagen gerade mit der pistol aber macht euch selbst ein bild davon das war es an dieser stelle auch schon wieder mit meinem gebabbel ich will nämlich gar nicht weiter spoilern ich bin's wie immer euer gunshot danke euch fürs zuschauen und wünsche jetzt viel spaß mit dem video so hier sind auf jeden fall spieler so hier sind auf jeden fall gerade spieler unterwegs und die haben es anscheinend auch auf andere spieler abgesehen und dann Du mal ein Geheimnis auf jeder Maps und Spieler. Ja, das meine ich damit nicht. Ich meine damit, dass sie nicht so nach einem Ziel hier rumrennen, sondern tatsächlich, um Leute zu töten. Hat er da eben schon gehockt oder hat er sich ran gesneakt? Ist das Tagila? Ich bin ein Geheimnis auf jeden Fall. Schau! 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 Ah, fuck Ich wollte es wenigstens probieren Auch wenn es mit der Pistol wahrscheinlich eher einseitig ist Man muss es mal probiert haben Was soll ich hier machen? Scheiße Ist jetzt nicht ganz mein Spawn Wir warten hier mal ein bisschen ab Und versuchen dann nach vorne wieder raus zu kommen Um dann die Scabs im Untergrund fertig zu machen Um dann die Scabs im Untergrund zu machen Okay, Spieler Okay Tageo war die letzten Male ja schon oft da Nicht, dass er jedes Mal da ist Dann wird es schwer mit 5 Runden ohne zu sterben Ja Das ist richtig Jetzt bleibe ich mal kurz ein bisschen bedeckt Dass die Spieler sich da kurz wegwracken Dass ich am Anfang da noch den Spieler habe Hat mich tatsächlich selbst ein bisschen verwundert Hallo, mein Gott! Ja, ich bin ja auch schon dran Ich bin ja auch schon Ich bin ja auch schon Genau, ich bin ja auch schon BGE-Gest Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Doch, jetzt habe ich was gehört. Über mir. Glaube ich. Nate? Okay. 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 Applaus Puh 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 Oh, hier links, irgendwas, irgendwas bewegt sich hier. Scheiße, ruhig, Alter. Handgrenade? Hat mich jetzt gerade in der Granate getötet? Mich hat eine Granate gefü... Habt ihr mitgekriegt, dass einer eine Granate geschmissen hat? Hier ist es! Scheiße! Ja! Ja! Okay, sollen diese Leute sich mal ganz kurz wegholen? Ja! 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 Ich würde wieder gerne nach unten... Untertitelung. BR 2018 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 Zwar bloß eine kleine, aber nerven tut sie trotzdem. Wir ziehen uns mal ans andere Ende. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Aber so wie der gewirkt hat, ist der auf der Jagd. Das heißt, wir werden den wahrscheinlich gleich nochmal sehen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wann! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Da sind einige Spieler-Scaps unterwegs, ich glaube normale Scaps sind so gut wie gar nicht nachgespawnt und die ZDF, 2020 Ah, die sind alle beim Dingszinden Und der mit seiner Vollautomatik, entweder ist das ein Scaps, der gerade alle möglichen anderen Scaps umbringt oder Ja, tatsächlich Okay, wir gehen nochmal unten durch den alten Bereich Äh, neuen Bereich meine ich Ich höre sonst keine anderen Scaps, nur diese Player-Scaps Okay, wir gehen nochmal untertitelung des ZDF, 2020 Also sehen wir uns Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 3 mal Alten Wo kommt das Skeff-Gelaber her? Wo kommt das? Das war's für heute. Das war ein Raid, so kann er laufen. So ist in Ordnung. Noch ein bisschen mehr Streamer-Items und dann wäre cool. Das waren 13 Scavs, ein Streamer-Item, wenn ich das richtig gesehen habe. Auf jeden Fall schon mal ein paar Punkte. Ach Mann, Millboy. Er hat Zeit, die scheiß Taste zu drücken, Mann. Ich renne extra nach links, damit ich nicht in die reinrenne. Der rechts von mir kam auch schon in meine Richtung. Ich musste also eh nach links weg. Ich hätte einfach weiter durchsprinten sollen bis in den Keller. Da hätte ich mehr Entdeckung gehabt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Bitteschön, am Racken! Das war's für heute. Ach komm, er hockt hier oben Wie ein feiges Stück Scheiße Och, ich dachte, die Scavs haben sich bewegt KBP, SPP, Poland, Junge, komm Seh zu, dass du dir Finger im Po steck und Dresden, Alter Das waren zwei Spieler, ich hab noch nicht mal einen Scav getötet Alter, dein Ernst, oder was? Ihr gebt keine Punkte, ihr Schnullis Man, fuck off No, 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 no Hier ist ein Spieler unten Ah, hier ist einer von der Streamer Challenge Glaube ich mit der Pistol Komm nicht hierher Ja Der will auch nicht da weg gehen, ne? Ja Na komm Jetzt rennt er weg Aber in die Richtung, in die ich auch wollte Ja 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 Okay, jetzt scheint nicht mehr wirklich was an Scavs da zu sein Muss ich den Schwung abwarten Ja 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 Okay, doch da hinten ist noch ein Scav Okay, da sind aber auch noch Spieler Ja 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 Bis zum nächsten Mal. Ja, oben wo die Spieler sind Das sind Scabby Boys, plus nicht da wo ich bin Ach, scheiße, der Raid ist lahm Pistol Dude ist immer noch da So, Scab nachspawn damit, das wenigstens nicht ganz umsonst mal hier Keine Scabby's Jetzt rennen die hinten alles ab Oh mein Gott Wieder der mit der Pistol Und dann geht's Okay 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 Hier kommt kein Scab hin Die hängen jetzt alle da oben Nicht gut Nichts Nichts Geht grad einer in die Kiste geschlossen Na ja, was wird unter mir gewesen sein jetzt Raid ist auch ne Nullnummer, Alter Okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da hat es Warten diesmal gar nichts gebracht. Er springt immer noch rum, weil er immer noch sucht. Bist du sicher, dass kein Scafflayer ist? Ja, der hat eben noch mit der Pistol geschossen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der das ist. Ist egal, ich renne jetzt die 5 Minuten nochmal kurz dieselbe Route ab wie eben. Vielleicht ist ja doch noch irgendwo, irgendwo einer gespawnt. Ja, ich bin glücklich. Also ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ayo, Titan! Ayo, Titan! Loll! Kann ja sein, dass er ein Streamer-Item übersehen hat. Was macht der denn? Ja, die sind auch noch alle so high equipped, alter. Ist kein Streamer-Item, ich weiß aber die Mütze ist cool. Achso, stimmt ja, ich habe ja gar keinen Schlüssel. Oh, ich Idiote. Hier ist echt alles tot. Also alles, alles. Hier ist alles. Ja, ja, es hat nichts gebracht. Eins gab. Das war Zeitverschwendung, ist fuck, alter. Oh, no way. Okay. 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 Scheiße, was ist denn da? Genau Ach, come on, Alter Ich wusste, es macht Spaß, aber dass es so viel Spaß machen wird, habe ich nicht gewusst Factory, fuck, scheiße Im neuen Bereich Ganz sicher jetzt gar nicht so schlecht Pistol 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 Das ist schon wieder zu wenig Ne, Spieler Ich muss doch hier irgendwo noch einen Scav-Schrei hören Ich muss noch einen Und dann noch einen Ich muss noch einen Ich muss noch einen Ich muss noch einen WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Spiller 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 Das war's für heute. Okay, das waren jetzt zwei und jetzt ist es ziemlich ruhig. Vielleicht sind die anderen jetzt abgehauen. Was ich nicht glaube, die werden looten. Oder Dinge tun. Okay, der eine ist wieder runtergegangen. Ich geh mal zu ihm runter. Das war's für heute. 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 So, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. 2 Minuten 59. Ich geh jetzt kurz ein paar Leichen ab. Guck, ob Streamer-Items dabei sind. Auf den ersten Blick nicht. Komm, irgendeiner kann doch hier was anhaben. Nichts totes, ne? Ist auch niemand tot? Ja, du sollst aufbleiben. Wo sind die Leichen, ne? Na gut, ein paar habe ich ja weggemetzelt. Ah, schade Schokolade. Ja. 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 Das war besser. Aber ein paar mehr Skepsis noch sein könnte. Ja. 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 Aggressiv rangehen, Junge. Ich dachte, es ist vielleicht ein... Ich bin wirklich auch nur rangegangen, weil ich dachte, es könnte ein Scaf sein. Scheiße. Habe ich mich erschrocken. Ich bin wirklich erschrocken. Alter, ich hätte ihn weiter weg vermutet. Ich bin wirklich erschrocken. 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 Ja, komm. Hinter mir kam noch einer hinterher. Ich bin wirklich erschrocken. Ich lecke mich am Arsch. Nee, ganz ehrlich, Alter. Wer dachte, Interchange war scheiße, Junge. Factory erst recht, Junge. Was? Weil ich nichts anhabe. Instant falle ich um. Keine einzige Kugel, dass man wegkommt, Junge. Ich war aus dem Augenwinkel. Er hat mich... Das war der Desync des Todes, in dem er mich erschossen hat. Okay, dass ich verletzt werde, klar. Och ja, wie nett. So, komm hier. Dann metzelt euch um. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Moment. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war noch zu leise. Bis jetzt haben die glaube ich nur Scavs weggeballert. Doch jetzt. Jetzt hört es sich fast danach an, als ob etwas passieren würde. Das war's für mich. Das war's für mich. Ich hab das Gefühl, die schimmeln hier und die Schmutzung und die Schmutzung die Schmutzung die Schmutzung Oh mein Gott. Oh mein Gott. Haben wir noch einen Spieler-Buddy von ihm. Ist der Spieler gestorben? Oh mein Gott. Okay, der Spieler, dessen Buddy ich da getötet habe. Das bringt mir nichts Richtung Exits zu rennen, da campen die am ehesten. Ich renne nochmal unten durch. Okay. 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 Kay... Das war's für heute. Ha, so ist die Unerfalt, na? Spielerscafs Spielerscaf � expects Spielerscaf 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. 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 Oh, fuck. Das war's für heute. Okay. Okay, hier ist gerade einiges gestorben. Das war's für heute. Das war's für heute. Links. Er lootet. Lootet. war's für heute. Ist das war's für heute. Das war's für heute. Spieler. war's für heute. Das war's für heute. Dann bleiben, dann bleiben. Ich hab's für heute. 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 oben. Ich hab's für heute. 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 varietyig. Erschütternd. Okay, der Spawn ist für mich völlig in Ordnung. Der konnte gleich zwei Scaps wegmetern Der soll mir bloß von der Backe bleiben Mit seiner Full Auto So, im letzten Run Jetzt möchte ich noch ein paar Punkte kriegen Deswegen lasse ich den da jetzt kurz alle seine Spieler-Kills Holen und dann soll er rausrennen Okay, das findet jetzt hauptsächlich da statt Deswegen sollte ich wahrscheinlich hier eher hingucken Okay, über mir ist aber auch direkt was los Pistel Ausratiert haben sie sich noch nicht Ja, ich weiß, es ist gerade ein bisschen lame Was willst du machen? Ich brauche Punkte Mir bringt es nichts, jedes Mal zu schnell zu sterben Die sollen sich da kurz wegkillen Und dann Wenn dann so ungefähr die Hälfte rausradiert ist Dann bewege ich mich gleich wieder Und dann Kann ich mir vielleicht auch ein paar Scaps gönnen Und treffe nicht gleich wieder auf Sandwich an Spielern Okay, der meint es ernst Er schmeißt mehr als eine Granate Der meint es Wirklich ernst Machst du auch mit bei dieser Streamer-Challenge? Ja Ich würde sagen, wir entfernen uns hier mal ein bisschen Irgendeiner snipet von oben Es sind auf jeden Fall noch Spieler, die da gegeneinander fighten Bewege mich jetzt mal ein bisschen Auch wenn ich glaube, dass der Spieler grob hier die Richtung unterwegs war Scaverinos höre ich nicht mehr Warum? Was ist los, Borden? Warum Anzeige? Hat von nichts falsch gemacht Ach, es war Diablo Ja, okay Der Diablo Was habe ich falsch gemacht? Schon wieder werde ich hier beschuldigt Sag mal Du, tut mir leid Ihr habt dieselbe Schriftfarbe Diablo hat gerade blau bei mir Und du auch Deswegen war das gerade etwas verwechselt Ich habe das kurz rüber geguckt Hab gesehen Blau hat ausgelöst Sorry Nimm es nicht persönlich Änder die mal Diablo Okay Es sind immer noch Immer noch die beiden Spieler da am Werk Okay, pass auf Wir machen aber folgendes Ich habe das So, jetzt müsste hoffentlich gleich der nächste Schwung Scabirinos kommen. Dann können wir noch ein paar Punkte mitnehmen, bevor ich aufhören muss. Also den Raid werde ich hier noch locker durchziehen können. Von meiner Time her. Und dann lieber jetzt noch bis zum Ende durchziehen, ein paar Scabirinos holen, damit es sich gelohnt hat. In der Factory ist es so, ne? Überlebst du die ersten ein, zwei Minuten, dann geht das noch. Aber die sind immer noch. Die beschießen, glaube ich, keine Scabs. Ist am Exit, habe ich das Gefühl. Immer noch dieselben Waffen. Das Ding ist, einer war, hat er erhöhte Positionen. Ich weiß jetzt nicht, ob der denn hier hinklotzt. Aber ich glaube eher weniger. Scabs sind gespawnt. Aber wo sind sie gespawnt? Ich habe auf jeden Fall gerade welche Schreien hören. Oh, nein. Hier oben. Man verpisst euch doch einfach aus diesem Raid, Mann. Ich habe hier oben. So, Ich glaube, er rennt jetzt Richtung Ausgang. Hat sich fast so angehört, also könnte sein, dass er jetzt einen Abflug gemacht hat oder halt auch eben nicht. Ich muss jetzt auf Scab-Suche gehen. Nee. Er hat sich gerade was gebrochen. 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 Er hat sich gerade gebrochen. Er hat sich gerade was 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 gebrochen. Ich bin... Das war heute ein richtig, richtig beschissener Tag, was Punkte angeht. Junge, wenn du da spawnst und halt an dem Arsch des anderen bereits klebst und riechen kannst, Junge, was er zum Mittag hatte, dann ist vorbei.